Ich habe hier eine Nachricht geschrieben, eine Kurznachricht, einfach was mir gerade einfühlt. Ich habe geschrieben, hallo Liebste, ich vermisse dich total, ich muss immer nur an dich denken, ich freue mich mega auf unser Wiedersehen. Kuss. Zwei Minuten später schreibt sie zurück, für welche Schlampe war die Nachricht denn gedacht?